Der Schwertfarn Nephrolepis exaltata, auch als Schwertfarn bekannt, ist eine beliebte Farnart, die in vielen tropischen Gebieten der Welt wächst. In Nordamerika gilt er als klassische Zimmerpflanze und ist einfach zu pflegen, da er nicht viel Sonnenlicht benötigt. Im Freien gedeiht die Pflanze in sumpfigen, feuchten und bewaldeten Gebieten und ist eine gute Wahl für halbschattige Gärten in Orten wie Südkalifornien oder Florida. Sein schwertförmiges, blaugrünes Laub enthält winzige Blättchen und wächst aufrecht. Nur wenn die wieder größer werden, welbt es sich. Wie einige andere Farnarten wächst auch der Schwertfarn langsam und wird am besten im Herbst oder Frühjahr ins freie oder ganzjährig ins Haus gepflanzt. Schwertfarn schätzt ein wenig TLC. Er mag warme und feuchte Bedingungen und mag keine extremen Außentemperaturen oder Zugluft von Klimaanlagen oder Heizungsschächten. Es ist wichtig, stabile Wachstumsbedingungen für Schwertfarn aufrechtzuerhalten, da jede Schwankung in der Pflege die Pflanze schnell schädigen kann. Licht Schwertfarn gedeiht am besten, wenn er an einem Standort mit hellem, indirektem Licht wächst. Zu viel Schatten kann zu spärlichen Wedeln führen, die glanzlos wirken, und zu viel Sonne kann die Wedel verbrennen. Aus diesem Grund ist Schwertfarn eine gute Wahl für eine Verandtabpflanze, die morgens gefilterte Sonne und Nachmittagsschatten erhält. Boden Schwertfarn mag organisch reichen, lehmigen Boden mit guter Drainage. In der Regel wird empfohlen, vor der Pflanze Kompost und Torf in den Garten zu geben. Für Schwertfarn in Töpfen sollten Sie eine Torfmischung mit Perlite verwenden, um die Drainagekapazität zu erhöhen. Schlecht entwässerte Erde kann zu Wurzelfäule führen, an der die Pflanze letztlich zugrunde geht. Wasser Der Schlüssel zur erfolgreichen Aufzucht eines Schwertfarns liegt darin, die Erde im Frühjahr und Sommer, wenn er aktiv wächst, leicht feucht, aber nicht nass zu halten. Dieser fordert in der Regel wöchentliches Gießen bei Zimmerpflanzen und häufigeres Gießen bei Pflanzen, die draußen in warmer Umgebung wachsen. Testen Sie den Boden regelmäßig mit der Hand, um den richtigen Zeitplan festzulegen. Wenn der Boden austrocknet, kann der Farn schnell sein Laub verliehen. In den Herbst- und Wintermonaten sollten Sie die Wassergaben auf alle zwei Wochen reduzieren, aber darauf achten, dass die Wedel während der Ruhezeit nicht austrocknen. Temperatur und Luftfeuchtigkeit Schwertfarn bevorzugt Temperaturen zwischen 18 und 23 Grad Celsius. Er verträgt weder extreme Hitze noch extreme Kälte. Temperaturen über 35 Grad Celsius können der Pflanze schaden, ebenso wie Temperaturen nahe dem Gefrierpunkt unter einem Grad Celsius. Dieser Farn gedeiht auch bei einer Luftfeuchtigkeit von über 80%. Sie können diese Bedingungen imitieren, indem Sie den Farn auf ein mit Wasser und Kieselsteinen gefülltes Tablett stellen und ihn regelmäßig besprühen. Bei niedriger Luftfeuchtigkeit können sich die Spitzen der Wedel Ihres Farns braun verfärben. In diesem Fall sollten Sie die oben genannten Empfehlungen befolgen, um die Feuchtigkeit zu erhöhen. Düngemittel Der Schwertfarn ist ein Schwachzieher, was jedoch nicht bedeutet, dass er bei schlechten Bodenverhältnissen gedeiht. Achten Sie bei Farnen im Freien darauf, dass Sie den Boden jährlich mit einer Zoll Kompost und Mulch anreichern, um gute Wachstumsbedingungen zu schaffen. Farnen in Innenräumen sollten im Frühjahr und Sommer einmal im Monat mit einem flüssigen Zimmerpflanzendünner 20.10.2020 in halber Stärke gedünnt werden. In den späten Herbst- und Wintermonaten ist keine Düngung erforderlich. Ome Bis zum nächsten Mal.